Undi! Hä? Ja, was willst du denn? Was willst du denn? Oh, bringen wir Stau, weißt du. Kein Lebenswasser, so seltenes Wasser. Na schon, ich trink kein Abendstau. Uäh. Jetzt, warte mal. Ja. Warte mal. Hast du einen Stiefel? Kannst du auch einen Stiefel mitbringen? Ja, Stiefel. Warte mal, ich gucke mal. Geh mal gucke. Ja, Zucker. Ich habe keinen Stiefel, gell? Wie, du hast keinen Stiefel? Schon gerade du hast einen. Ich weiß nicht, wo die Gläser sein. Was soll ich denn mit so einem Gläsfiel? Na ja, ich habe hier meine Gott sei Dank dabei. Ah. Du weißt doch jetzt nicht. Das darfst du doch her. Du holst mal Stiefel. Und den machen wir jetzt nicht voll, oder? Ach Gott, hol dich ein Glas. Ja, hol mal. Hol mal was. Den Eisenkippe. Zucker, ich tun gar nichts. Aber aus dem Stiefel zu saufen, du bist nicht gelohnt. Ja, für was hat man denn so ein Ding? Das kann doch mal 3.000 Euro gewünscht. Ja, ja, klar. Ich mache jetzt einen Tomatintopf, das glaubst du doch. Das machst du nicht weg. Nein, das glaubst du doch. Nein, das machst du nicht. Halleluja. Was ausläft. Und jetzt sagst du, das geht nicht. Was machst du, wie ich das jetzt abziehen tue? Ach du, das will ich aufnehmen. Das fühle mich, das fühle mich. Also ich schmeiß dann ein bisschen, weil ich mich erstmal hier runter. Das ist doch gar ein bisschen groß. So. Das hat jetzt halt weggesetzt. Das sieht das aus. Oh, mein Gott. Das wird ja nicht in den Stadion gehören. Und dann nehme ich jetzt in die Knallflüche. Das sieht los, mein Vollmann. Ja, was man mit dem Ding machen kann. De Beton, Stompe, Saufe. Weißt du, was man mit dem noch machen? Was? Bezähl mir es. Ihm wie nicht. Wenn es heftig ist. So, der wird ihn als Putz. Ääääh. So glaube ich, du glaube ich, ich gebe es hier gerade über die Wohlte machen. Das kriege ich.